Was zeichnest du? Ich richte Lisas neue Wohnung ein. Bist du Architekt? Ja. Bist du nicht? Stimmt bin ich nicht. Was bist du denn? Deine Lübnerin. Und du heißt? Lisa. Gute Nachbarschaft, Lisa. Und du bist? Meine Mitbewohnerin. Wir ziehen zusammen ein. Nein, nur ich. Das ist leider das nicht du eins. Wir hätten bestimmt nicht Spaß. Die letzte Nacht hatte ich einen Traum. Du hast mich angeschaut. Du hast versucht zu lächeln. Oder das Tränen auch. Nicht gegangen. Du hast mich angeschaut. Eine Nachbarschaft. Du hast Angst. Du hast Angst. Ich Angelebti. Das warst du nicht.